Heller in die Zahnheit ist der Wort ich bin alleine auf die Maps Sennig 1 0 und nicht so gelaufen ich zumindest wir haben einen Goldöpfel Goldett wir haben einen Goldöpfel Jo auf jeden Fall erst mal voll geil geredet um so zeigt wir gehen hier oben rum und weil ich glaube es soweit ich weiß hier ist auch mit Schicht ja genau die machen wir dann kaputt nice bessere Helm bessere Schuhe nice alles nice 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 so ganz gechillt Feuerzeug auf die 2 das dahin Eisenschweig können wir uns jetzt kraften das mache ich kurz schnell so ich weiß das ist jetzt nicht das beste aber das ist besser als nix wie immer gesagt und so ja wir schon runter safe ohne so viele Hetzen zu verlieren so dann so sollte passen oh Gott ok nice wir sind hier oben safe runtergekommen sind hier keine Chessis mehr dann gehen wir doch mal zu unseren Gegner würde ich sagen und hoffen dass er uns nicht wundervoll oder dass er überhaupt nicht da ist das wäre das allerbeste so und ich habe eine Frage bekommen welches Texte ich benutze ich benutze ich kann euch ja mal gleich im Zeigen mein ganzes Zeck der Weg vor abgerutscht haben wir veröffentlicht Lohnherz zu tun um ich kann euch ja gleich meinen ganzen Zeck der Weg von der Zeigen also eine ganze Reihe von Zeck der Weg das was ich benutze und das sind dann auch alle Zeck der Weg und ihn sollen wir hoffe ich zumindest wir haben ihn auf jeden Fall geht ok ich zeige euch mal kurz meine Zeck der Weg von also wir haben ja das hat doch Kraft dann haben wir das Kompetenztestive Pack keine Ahnung dann haben wir das Crafting Farbe dann haben wir das Pant Pantmint Pack das ist sonst das Panty Paper Cutout dann haben wir den Stark Pack und No Hecks Just Pink wir können ja mal dieses hier reinpacken und dann seht ihr welches Texte Pack das hier ist und Fanks für keine Ahnung ist es jetzt auch egal das hier ist das Texte Pack und ich würde sagen wir gehen eine Runde 2 also bis gleich so Leute bevor die Runde anfängt wir können ja mal hier kurz reingehen und dann nehmen wir das No Hecks Just Pink Texte Pack rein und das sehen wir dann mal welches Texte Pack das ist eigentlich ich wechsel immer Texte Pack sonst ist sagen das hier ist es No Hecks Just Pink Texte Pack und ich hier wie gesagt Nein der Golden Apple Nein so und wir haben kurz ein Schwert hier so ähm ich bin ich einfach halb aus und nicht ausgerastet aber so nein das ist die Artikel eigentlich verlustet okay es sei immer mir kein Kuchen ich kann heute nicht Minecraft spielen wie ihr seht ich bin auf jeden Fall nicht erstmal was rauswerfen dass ich eigentlich gebrochen könnte glaube ich zumindest und ich habe ich habe bemerkt wenn ich ich habe bemerkt wenn ich aufnehme wenn ich dann rede dann sage dann mache ich immer so ich rede und dann mache ich so und dann rede ich weiter das ist eigentlich voll dumm aber ich muss ja auch mein also meine luft einschnaufen wenn man so sagen kann aber ja gut ihr wisst dass ich meine ich habe die Folge gefallen und ich hoffe wir sind es das nicht mal wenn ich wieder mache wenn ich wieder ein Video mache also bis dahin und schaue nicht vergessen und ein Like da lassen